Moin Moin! So, jetzt geht's wieder weiter mit Lego Star Wars Part 25... 25, nicht 25. Wir sind nicht bei GTA. Oh, Alter. Unstatt, eine Woche, glaube ich GTA, eine ganze Woche, habe ich jedes Mal eine falsche Nummer gesagt. Ich musste immer bei jedem Schnitt, immer Sternchen, die richtige Nummer hinschreiben, weil ich immer mich versprochen habe. Ihr wart so durch mit den Gedanken. Aber so ist es eben. Also, Leute, Part 25, und ich würde gleich sagen, es weitergehen. Uuuuut, Patschersen! Jaaa. So, Münzen sammeln, Münzen sammeln, Münzen sammeln. Da war auch noch was. Warum kann ich die Münzen... Hier, nicht immer, da. Kolle! Keep rolling! Banane! Ich weiß, was mir gerade wieder einfällt. Das sieht... It's rolling, rolling, rolling. It's rolling. Rolling, rolling, rolling. So, was müssen wir? Vier... Zahnräder. Oder vier Bomben oder so. Oh, aber... Äh. Loih. Das lösen wird. Haltet sie auf! Sie wollen den Generator sabotieren! Ach nee, wirklich! Freuen wir das? Nein! Wie kommst du da drauf? Ich glaube, ich habe einen. Nein, hast du nicht. Okay, das... Ich habe auf jeden Fall irgendwas zerstört. Ob irgendwas verstört. Verstört. Zerstört! Du hast mich verstört. Hier, hier, hier. Da, 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 da! Bam! Bläsergrafik. Ja, nur brüllst es an. Super. Bäää. so müssen einsammeln müssen einsammeln das war eine münze der wahre münze ist das war falsch zum glück habe ich mich verpasst so scannen da ist es also was kann ich hier machen wir können sich darüber schwingen das bin ich nicht ich glaube nicht dass du ein roboter bist ich kann nur hier irgendwas runter schieben aufbauen Münzen einsammeln so und schieben du bist unten mit gegner ok ich hab da eben überhaupt nicht drauf geachtet oh lol hast du gerade selber erwürdet? ne noch nicht dann bauen wir uns mal eine hübsche große bombe für dieses ding bombe so die erste bombe ist am platz und ist ready dann fliegt das hier in die luft und wir fliegen davon so hier waren wir schon ja wir können hier runter laufen warte 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 auf der anderen Seite war auch ein kraftfeld äh ja hier so da so ziehen ich feier euch an oh oh so die zweite bombe kann man hier irgendwas machen? ne guck schon mal hier unten ne guck schon mal hier unten oh ja alles ein bisschen zerstören so hier kann man als kleiner wild dran ja den brauchen wir ja mal zwei also Münze einsammeln was denn das denn hier? also der kleine Droide da drin ist hier kannst du dran ziehen Moment ich will nur kurz die Münzen holen bevor sie weg sind hey guck dir das an kennst du das noch? ja Himmel und Hölle ja oh ja das habe ich früher auch immer gespielt das waren Zeiten Zeiten der 90er Leute so so zieh okay das hat sie kaputt gemacht so eine Sache ist weg okay und jetzt ach so okay jetzt erst auf der anderen Seite machen dass er runter kommt ja dass er runter kommt ja dann auf der anderen Seite so jetzt ist er unten freigeschaltet freigeschaltet yeah immer unter der eine Wachtroide ist das da 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 ich habe keine zwei Füße ja hier da hast du verloren ja aber ich habe vier Räder gilt das auch? nein ach schade soll ich glaube ich das wieder eine Bombe oder was? ja so die dritte Bombe kann ich da durch? nicht schade so eine Bombe fehlt uns noch nein hier ist was so ah da kommen wir mit den kleinen Druiden rein mit den kleinen Mob ja das ist kein Druiden das war ein 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 Ewok ja glaube ich schon Ewok 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 müsste das sein das ist der letzte das ist der letzte das ist der letzte hä? achso ups vorsicht wir müssen einsammeln ja ich wollte aber nicht dass du stirbst das meine ich achso ich habe ihn nicht äh hast du gleich eine Münze einsammeln oder alles? eine Münze glaub ich glaub ich der ist böse wenn er rot ist dann ist er böse oder? ich schätze mal dieser Droide wird immer weiter Verstärkung rufen wenn wir ihn nicht ausschalten ok wo ist denn der her? ich habe ihn warte 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 ich habe meinen Supermarktkerker da 醉 das ist geil oder? Höhe so angekommen im Kreis Laufen piup piupард so ein Münzen einsammeln das nur leid können wir aufbauen irgendwo hier waren ja so hast du hier schon aufgebaut ich habe noch mal schon hat brauchen wir weil wir hier kein rad haben okay auf der anderen seite vielleicht da könnte das rad drin sein vielleicht so dann kommen wir da nicht mehr weiter deswegen sag ich ja wir können es ja trotzdem schon aufbauen ich kann rad fahren ein rad die date so preisrücken und win ja ja ich bin dabei ich glaube das ist jetzt die letzte bombe ich bin bereit ich weiß was ich nicht denke dein sohn ist tot dass wir nicht geschafft haben aus wegen deiner macht wenn er hat was er will vernichtet er dich komm heim wir vermissen dich deine mama und ich nein hauptsache er steht da noch und lässt einfach die bombe hoch gehen schade aber wie gesagt haben wir einen goldstein gefunden das stimmt ich weiß nicht wo wir den gefunden haben aber wir haben aber er war da aber ist aufgefallen keine wahre idee 95 prozent wir haben das erste mal nicht wir haben das erste mal nicht echt zweitemal schon zweitemal und das sind elf missionen also kapitel ich fühle mich schlecht ja was soll ich denn sagen ich gehe schlicht fortsetzen ich gehe mal hin jo wir müssen weiter wo bin ich denn so okay du hast ja laserschwert oder was ja eigentlich sollte das ja ray kriegen weil ja das rays laserschwert ist okay das ist geschichte wiederholen sammelst du hinten und so hinter uns zu wünschen ein oder gibt es keine mehr da gibt es keine mehr so weit hier sind noch minzen vor so gucken was ist in die luft gegangen warte mal warte mal da sind die blauen lichter und dann können wir stehen hin ich muss rumfahren ach so ich kann los seit wann können laserschwerter schießen du hast nur einen blaster die idiot echt mhm ach ja nein ich schaffe kann man irgendwie hoch mhm mhm ups jetzt ist er weg ne jetzt ist er da fuck it oh gott da oben sieh doch so viele münzen bin ich so schnell ja ja dann mache ich nur alles kaputt ja aber mit den münzen komme ich nicht hin da ist was da da für wen ist das für dich sie ist das ja das genau ach so ja da das bist du nicht bist du da oder was ich bin gerade noch ein bisschen am falten ich weiß überhaupt nicht wo du bist wo ist der wind wo ist der wind die power anzeige ist voll nur ich krieg keine dings kein gegner doch da ja was war das denn das ist mir schon beim letzten fall aufgefallen bei mir obwohl ich das auch gar nicht ja er bildet sich der anfall in der luft ja genau das haben wir auch beim letzten mal gesagt echt ja da ich sehe dich wir sehen komm zurück aber wir sind nicht dahin ach du bist ja noch gar nicht ne weil hier vorne ist eine tür und das geht nur bei dir hier rein dieses wir müssen die münzen die müssen die der die das 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 hat so überhaupt nichts gebracht was also ich finde drin da war nichts das war ein richtiger scheiß warte nicht bleiben stehen bleiben taxi zwei von drei 255 die als so ich würde aber sagen wir beenden diesen part und wir sehen uns beim part 26 26 also däumchen hoch kommentar runter lassen und fettes abo da lassen und wir sehen uns dann dort also bis dann